Es wird immer genug Leute geben, die sich diesen blöden Vorsitzenden lachen und trotzdem das gut zu haben. Ja, wo den Autor und Zugleich fallen über den Sport gestern und heute, denn heute wird es die ESG-Pokal mit Stiegen zwischen Dortmund und Frankfurt. Und ab der nächsten Woche ist von Schöden auf der Höhre, also unter anderem in Essen in Frankfurt. Herr Kuhl, wir haben die Hartz-Pokal, ich danke Ihnen, alles Gute. Schöden auf der Höhre, ich danke Ihnen, alles Gute. Schöden auf der Höhre, ich danke Ihnen, alles Gute.